hallo und herzlich willkommen mein name ist pamu und wir schauen uns heute ein palettenlager baracke an ja wie man schon mal hier sieht haben wir hier so eine kleine backstein fassade beziehungsweise backstein lager und eben halt damit ich sag mal so welt blech wo beziehungsweise plastikdach mit dabei wo wir eben hat dann einerseits einmal unsere maschinen unterstellen können und andererseits aber auch hier bezüglich über diesen trigger eben halt dann auch unsere ja güter beziehungsweise paletten einlagern können also ich habe es vorhin mal kurz ausprobiert es funktioniert ich habe hier eine palette von eben halt an gewaschenen kartoffeln herein gegeben die wir dann eben jetzt auch hier drin haben und die lager jetzt einmal aus eine palette ja und die kommt dann eben halt dann hier auf dieser seite wieder um bohrschein was natürlich auch ganz interessant ist ist wir haben bei diesen palettenlager als baracke ein fassungsvolumen von fünf millionen liter doch ist schon ein recht also ist schon recht sportliches fassungsvolumen was aber auch noch mit dabei interessant ist es ist jetzt nicht so gestaltet wie jetzt diverse andere paletten lager sondern wir hätten jetzt hier zum beispiel eben halt dann hier jetzt über den trigger können wir zum beispiel ganz normal unsere güter herein geben die werden natürlich unterirdisch gelagert und wir können dann hier eben halt den rest der baracke nutzen um zum beispiel jetzt auch unsere der anbau geräte oder unsere maschinen unterzustellen was auch so ein bisschen ja wie soll man sagen so ein bisschen platzsparend ist auf unseren höfen dann doch ich muss schon sagen das ist eigentlich recht interessant und auch interessant auch gelöst an der stelle aber haut mal gerne in die kommentare was ihr davon denkt oder was ihr davon meint wer natürlich interesse hat eben halt dann an dieser wunderschönen ja palettenlager baracke die findet ihr aktuell bei modtab gibt es für pc mac ps4 ps5 xbox one und xbox s und wenn euch diese kleine modverstörung gefallen hat lasst gerne daumen da lasst gerne abo da und die glocke nicht zu vergessen um immer auf dem neuesten stand zu sein ich bedanke mich auf jeden fall fürs zuschauen und sage tschüss und schau bis zum nächsten mal